Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. So, ich will mal kurz probieren, ob ich das jetzt bauen kann schon. Was fehlt mir hier? Zweimal Glas. Aha, okay. Da fällt mir Glas, da fällt mir Glas, da fällt Glas ganz viel. Hm, da könnte ich auch eine Luke machen, wenn das geht. Aber die geht glaube ich nur über diesen Dinger, ne? Da unten. Könnte ich vielleicht eine Verbindung mal machen. Egal. Schön, schön, schön. So, wir sind hier bei unserem Zuhause. Und mir fehlt wie immer Material. Ich habe jetzt ein Bild da hier, unser Schnellinventar hier, also unseren Schnellzugriff, wieder aktualisiert. Weil irgendwie waren nur drei Werkzeuge ausgelöstet. Wir haben jetzt unseren Laserschneider, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich werde auch gleich die violette Tafel, glaube ich, hier lassen. Die werden wir auch nicht brauchen. Ich brauche noch einen Spind, einen dritten Spind. Hierher oder so vielleicht, dass wir hier links und rechts zwei haben. Dann ist auch der Müllköbel ein bisschen verdeckt. Geht das? Den Scannerraum hatten wir schon. Mehrzweckraum, der fehlt mir noch, genau. Flutlicht, Wärmekraftwerk fehlt noch. Was haben wir hier? Den Bioreaktor. Der hat natürlich so nicht Platz, ne? Da brauchen wir den Mehrzweckraum. Die Lorta brauche ich nochmal auch nicht. Verbinde zwei Stockwerke. Stimmt. Ich trottel. Da haben wir diese senkrechte Röhren. Die hier, die Vertikale, die geht ja schon. Und dann kannst du einfach hier eine Leiter bauen und gut ist, ne? Das werden wir auch mal machen. Ich hätte sollen vielleicht den Scannerraum weg tun, so. Und ihn dann in die Höhe mehr. Oh, das wäre aber cool. Ich glaube, das werde ich machen. Innengeschichten. Kommunikator, Fabrikator. Das haben wir schon. Wand spinnt. Das Aquarium, da fehlt mir noch Glas. Für den Spind fehlt mir natürlich auch Glas. Modifizierungsstation. Das wird wahrscheinlich auch für den Mehrzweckraum dann sein, denke ich mal. Aber diesen Wand spinnt, den könnte ich bauen. Das wäre auch nicht schlecht. Den hatten wir eh noch nie. Zack, weil die Tanium haben wir eh so viel. Oh, äh, Arsch. Das ist, äh, der Arschsozial-Dingsspind. Wandschrank. Ähm, ich schreibe mal Material. Material. Vielleicht hilft das ja. So. Mal schauen. Ähm, ich würde den gerne mal öffnen. Tatsächlich. Ja, ist zwar klein. Aber unser Titan hätte Platz. Das passt ja. So. Dann würde ich sagen, können wir, ich werde hier einfach, weißt du was, ich schreibe das um. In Titan. Titan. So, das passt. Oder soll ich Titanium schreiben? Ach, lassen wir es mit Titan. Dann könnte ich hier von dem Spind. Oh, Entschuldigung. Äh, das wollte ich gerade nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Keine Ahnung. Ich will das Titan, äh, hier rausnehmen. Genau. Und hier rein. Dass hier wirklich das ganze Titan drinnen ist, sofern wir Platz haben. Genau. Und dann kann ich hier noch immer, hoppala, dann kann ich hier noch immer sagen, okay, alles, was wir zu viel haben, kommt hier noch rein. Das gefällt mir. Jetzt haben wir endlich ein bisschen Platz. Das ist schön. Das ist toll. Ja. Ich glaube, das ist so in Ordnung. Schaut er nicht so scheiße aus. Ich glaube, das passt. Hier wollte ich noch, genau. Das ist ein Automated Distress Signal von Life Odd 12. Coordinates Attack. Warning. Life Odd has sucked beyond safe diving distance. Do not attempt retrieval without submersible support. Signal Location uploaded to PDA. Okay. Okay, okay. Rettungskapsel 12. Auf dem Meeresboden gesunken. Tausend zwei Meter. Okay, das geht nicht. Tut mir sehr leid, das ist der Bucky nicht. Noch nicht. Noch nicht. Das ist leider, leider, das geht noch nicht. Gut. Wie, aber er hat ja gesagt, ohne die nötige Tauchausrüstung kann ich das gleich vergessen. Gut, also, ey, das ist cool. Den Kompass haben wir automatisch ausgerüstet. Das gefällt mir. Das ist sehr, sehr gut. Da fehlt mir gerade ein Bauplan. Dann brauche ich vielleicht noch den Thermometer. Könnte ich den Computerchip herstellen? Warte mal kurz. Wie will ich den Thermometer auch? Vielleicht ist das auch so ein automatisches Ausrüstungsdingens. Warte. Das war, war das, na, das war hier, glaube ich, ne? Computerchip, Tischkorale, Gold und Kupfer. Habe ich das? Habe ich Tischkorale hier? Na, Tischkorale habe ich keine da. Auch hier drin nicht, glaube ich. Doch. Na, Röhrenkorale war das. Hoppala. Da muss ich bei passender Gelegenheit eine Tischkorale organisieren. Ich werde einen Fisch mitnehmen zum Essen. Eine Tischkorale organisieren und können noch den Thermometer bauen. Weil Gold habe ich eh und Kupferdraht ist auch normal kein Problem, weil Kupfer haben wir noch hier, ja. Na, dann könnte ich aber gleich bauen, ein Kupferdraht. Den könnte ich gleich bauen, ne? Habe ich noch richtig im Kopf? Computerchip, Kupferdraht, ja. Den bauen wir gleich. So, dann haben wir wieder Platz gespart. So. Den schmeißen wir wieder hier rein. So, passt. Zwei Batterien habe ich noch. Gut. Dann werden wir das nächste Mal, wenn wir Kupfer haben, dann wieder aufsparen. Säure, Pilze noch einsammeln und dann passt das schon wieder. Ja, Schubkanone. Und abzustoßen, okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, es wäre schön, wenn es wieder Licht wäre. Das dauert einen Moment. Ah ja, den Seegleiter, den bräuchte ich eigentlich hier wieder. Konstruktion kann ich tauschen. Mit dem Laserschneider, würde ich sagen. Ja. Gut. Dann. Es ist so schön dunkel und finster hier. La 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 la. So. Gut. Ah, jetzt haben wir wunderbar schön hier. Süden, Südwesten, Westen, Nordwesten, Norden, Nordosten, Osten, Südwesten. Südosten. Super! So muss das ausschauen. Das ist herrlich. Das gefällt mir mit dem Kompass. Dann noch Temperatur. Dann brauchen wir das noch und dann halten wir alles, glaube ich. So, was ich gerne hätte... Jetzt überlege ich gerade, geht das mit dem Laserschneider nicht nur die Tarnentüren zu zerstören, sondern auch diese größeren Vorkommen. Ob man damit jetzt auch die ernten kann. Dann hätten wir mal für längere Zeit kein Salzproblem mehr. Weil da haben wir schon das eine oder andere Vorkommen gesehen. Was bist du? Ein Kreaturenei. Und ich glaube, das wäre nicht so schlecht. Metallschrott, ja. Brauche ich eigentlich nicht. Warte, bist du? Da ist sicher Lithium wieder drin, ne? Titan. Nein, doch nicht. Oh, Titan. Diamant. So. Ein schönes Diamantverkummer. Das ist herrlich. Ja, 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 ja. Mhm, mhm. Sofort. Dann haben wir da unten noch was. Weil Diamant, das muss ich schon sammeln. So, und dann heißt es südwestlich. Das heißt in die Richtung. Ungefähr. Gut. So, noch schnell schauen, was wir da haben. Metallschrott, glaube ich, nur, ne? Ja. So, mal kurz weg damit. Ich versuche da noch was brauchbares für uns zu finden. Also sprich, Salz, wäre nicht schlecht. Da haben wir Metall, ne? Schrott, ja, ja. Ah, Metallschrottchen, das brauche ich nicht. Nein, das will ich gar nicht. Salz wäre schön. Salz, ja, Salz. Das wäre ja so schön. Da ist es auch schon. Da, 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 da. Da. Gut. Das mit Mehrzweckräumchen, das würde ich auch noch gerne irgendwie lernen. Das wäre auch sehr schön. Zack, zack, zack. Titanium. Ja, das wäre sehr schön. Vielleicht haben wir ja mal das Glück. Vielleicht muss ich wieder diese alten Rettungskapseln finden, wie das da drüben zum Beispiel. Vielleicht, dass ich dann... Aha, das könnte wieder ein Diamant sein. Ja. Da vorne sehe ich auch noch mal einen. Ich glaube, das war Gold. Ist aber nicht schlimm, das nehmen wir natürlich alles mit. Da haben wir vielleicht auch was. Alter, das hört sich ungesund an. Ja. Hier haben wir... Äh, Dings, was? Ein Stasegewehr. Okay. Datenbank, Bauplan, Stasegewehr. Aha. Ah, ja. Gott sei Dank habe ich das mit der Anzeige. Ey, ich wäre schon tausendmal ersoffen, echt. Na, na, na. So, passt. Luft, 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 Luft. Passt. Stasegewehr, okay. Muss ich mich hier kurz mal umklubschen. Vielleicht finde ich noch so ein Teil an. Da vorne ist, glaube ich, Salz. Das muss ich unbedingt jetzt mitnehmen. Doink. Da muss man uns mal kurz umschauen hier. Da ist nochmal Salz. Nehmen wir auch sofort mit. Doink. Dann schaue ich mich mal da oben um. Vielleicht ist da nochmal so ein Stasegewehr zum Scannen. Das wäre fein. Das wäre schön. Das wäre toll. Aber wie es ausschaut, ist da nix. Nope. Nope. Vielleicht ist es weiter unten. Da muss ich, glaube ich, nochmal vorher... Ah, da haben wir was. Warte. Da ist was. Ich glaube, das ist... Ja, Quarz. Quarz ist sehr gut. Habe ich das schon gescannt? Na, uralter Schweber. Aha. Doink. Uralter Schweber. Aber hier haben wir nochmal ein bisschen Quarz. Das nehme ich gerne mit. Dann haben wir wieder was für Glas. Dann können wir langsam wieder unsere Base ausbauen. Wie viel Platz habe ich noch? Oh, ja, ja. Da geht schon noch was. Da geht schon noch was. No stress. Ja, ja. Luft. Passt. Und nochmal weiter. Die haben wir geschaut. Die haben wir geschaut. Dann schaue ich mal da außen und rum. Der Knochenfuzi, der geht mir auf die Nerven. Ob ich den mit dem Laser zerschnippeln kann? Ob ich den... Ob ich das auch als Waffe nehmen kann, meine ich. Glaub fast nicht. So. Glaube ich fast nicht. Wäre schön und praktisch, aber glaube ich fast nicht. So. Ja. Sehr's. Hier ist Metallschrott, ne? Ja. Das hat gerade verdächtig ausgeschaut. Da haben wir wieder Salz. Ah, der hat da gerade was geschnappt. Metallschrott. Okay, ist nichts für uns. Da haue ich lieber wieder ab, weil sonst frisst er mich noch weg. Das möchte ich nie sterben. Ich will nur hier kurz ein Sprünglein runterschauen. Ah, ja. Okay, ich muss wieder raus. Ich wollte nur schauen, ob hier unten... Ah, da hätten wir noch vielleicht eine Möglichkeit, da rüben was zu scannen. Ich will nur kurz... Ah, Diamant sehe ich hier, glaube ich, eventuell. Also zumindest eine Chance auf Diamant. Halt. Medium. Ja, ja. Ich schwimme schon hoch. Hui. Der, ne? Der wollte mich gerade beißen. Kann das sein? Mistviech. Elendes. Da haben wir einige von den Inseln. Da ist noch eine. Muss ich kurz... Ja, ja. Ich bin ja schon da oben. Immer dieser Stress. So. Dann hol mal Luft. So, passt. Und runter wieder. Also die haben wir, die haben wir. Jetzt muss ich bei der schauen. Weil dieses Stase-Gewehr da, das wäre schon nicht schlecht. Stase-Gewehr. So. Zack. Mal lupschen. Mal klupschen. Da haben wir wieder was. Doin, 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 doin. Das tun wir mal weg. Dam, 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 dam. Ich glaube, das mit der Taschenab ist auch keine gute Idee. Da haben wir Salz. Na, was ist denn mit dir? Oh, der leuchtet grün. Ist das gesund? Ich glaube nicht. Ich denke, zum Scannen wäre der Grüne nicht schlecht. Diamant. Jawohl. Gold, glaube ich. Aber nichts zum Scannen. Ärgerlich. Den da. Den hatte ich, glaube ich, noch nicht gescannt, ne? Vorsichtig. Wow. Okay, ich glaube, der will gar nicht. Der steht einfach nur aus, weil das ist der Anführer, weißt du. Er ist da auf, gehst weg. Mistviech. Da wollte ich noch schnell klubschen. Ja, da ist nur Salz. Nehmen wir gleich mit. Okay. Und Luft holen. Oh, zu spät. Okay, zurück zur Basis. Ist mir sogar lieb jetzt, oder? Da, da. Du bist verreckt. Ist mir sogar recht. Jetzt kann ich meine Sachen ausladen. So, Spind öffnen. Ah, welche Sachen? Ich habe ja alles verloren. Haha. Blei. Meine Diamanten sind weg. Nein. Ich habe vergessen, dass ich bei einem Weib Sachen verliere. Scheiße. Das war jetzt dumm von mir. Das war jetzt dumm von mir. Scheiße. Wie kam ich auf die Idee, dass ich Dinge behalten darf, wenn ich verrecke? Hm, ja. Okay. Da hatte ich einen Denkfehler. Wieder mal. Super. Super, Zonky. Super. Salz. Alles weg. Super. Nice. Schön. 17 Minuten wieder für die Vieche. Gut. Ah ja, das wollte ich probieren. Wenn ich jetzt mal sowas hier habe. Kann ich das mit dem zerstören? Nein. Geht nicht. Zum Abbau brauchst du Spezialwerkzeug. Aber ich glaube nicht, dass wir sowas hätten, oder? Na. Das muss ich erst bauen, glaube ich, sowas, ne? Geben tut es sicher sowas, aber... Glaube ich nicht, dass wir das schon irgendwie... ...könnte. Ja. Gut. Scheiße. Das mit dem Sterben war jetzt echt nicht Not. Ja, ich tauche schon auf, du Nervi. So. Gut. Gut. Ähm, dann halt nochmal von vorn. Genau. So. Mein Seegleiter muss ich, glaube ich, schon bald sparen anfangen. Ah, der ist schon erledigt. Okay. Der ist schon erledigt. Super. So. Zwei Batterien hatte ich noch. Hatte hätte. Hatte hätte. Zwei habe ich noch, wollte ich sagen. Ja. Nicht gut. Das ist halt die Gier, ne? Wenn man halt zu gierig ist, dann muss man halt auch mit einer Strafe rechnen. Was haben wir da? Da ist was drinnen. Das ist gut. Ist es vielleicht sogar das, was ich gern... Ja. Na, Schubkanon. Die haben wir, glaube ich, schon. Ja. Was ist? Krieg die wieder ein, Alter. So, da wäre auch interessant reinzuschauen. Ich habe mehr Glück als Verstand. Habe ich gerade festgestellt. Ich kann das wieder einsammeln. Ja. Ja. Oh Gott. Au. Schnell Luft holen. Au. Voll gefressen. Ich habe mehr Glück als Verstand, wie immer. Ich kann meine Sachen nochmal sammeln. So, schnell, schnell Luft. So, schnell Luft, Luft, Luft. Ja. Holst du Luft? Geht ja. Und nochmal. Schnell runter, meine Sachen holen. Manchmal hat man schon ein Schwein, gell? Wenn auch meine Diamanten auch noch dabei sind, bin ich dann schon mehr als glücklich. Da unten. Hatte ich... Geh weg. Da drüben noch, das wollte ich sagen. Quarz. Weil ich brauche ja Glas, ne? So, ich glaube, ich habe wieder alles beisammen, ne? Was ich verloren hatte. Ich glaube, da liegt nichts mehr rum. Passt, ich muss weg. Seekleiter. Gehen wir. Tschüss. Da. Boah, Glück im Unglück. Boah, da sind Viecher. Servus. Begrüße. Ich bin schon weg. So. Schnell mal Luft holen. Und dann schauen wir uns ein bisschen weiter um, ne? So ein Glück. So. Passt. Luft, Luft, Luft. So. Passt. So, wie schauen wir aus? Voll wie ein Christbaum wahrscheinlich. Meine Diamanten sind da. Das ist super. Mein Quarz ist da. Meine Salzdinger sind da. Passt wunderbar. Einmal essen und einmal trinken, weil das haben wir schon ein bisschen erschöpft. Gut. Dann ein Medikid nehmen wir auch noch dazu. Passt. Jo. So. Finster wird es auch schon wieder, Gott sei Dank. War eh schon lange genug hell. Das wäre halt nur noch schön gewesen. Gold. Es wäre halt nur noch schön gewesen, dieses eine Gewehr hier fertig zu kriegen. Aber das ist scheinbar nicht so leicht zu finden, ne? Das andere Teil. Wahrscheinlich so weit unten, dass das nicht zu finden ist. Ohne dass wir sterben. Mit Licht ist, glaube ich, besser. Ist für euch auch besser. Seht ihr ein bisschen was, wenigstens. So, da haben wir jetzt den Metallschrott. Okay. Ich hoffe, dass ich hier noch das Gewehrl anfinde, aber ich glaube, so viel Glück fürchte ich, habe ich nicht. Ah, das ist sowieso leer. Da ist nur Schrott. Da hätten wir ganz viel Salz. Nimmst du das mit? Danke. Was haben wir da? Kalk. Was haben wir hier? Leer. 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 So. Leer, 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 leer. Was haben wir da? Da ist auch leer. Da ist auch nix. Da vorne ist was drin. Aha. Mal schauen. Mobile Fahrzeugstation. Die haben wir schon. Mal auftauchen nebenbei. Ja, wir sind gleich oben. So. Gleich, 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 gleich. So. Jetzt. Passt. Luft holen. Ja, wo sind wir? Ist schon gar nicht so schlecht unterwegs. Südwestlich. Da drüben. Hä? Ist das ein Leviathan? Der lebt aber, ne? Geht's dem gut? Dann wären sie wirklich so wie Wale. Dann würden sie zwischendurch wirklich mal an die Oberfläche müssen zum Luft holen oder so. Hallo. Geht es ihnen gut? Ja, der schwimmt. Leben tut er. Ah. Okay. Dem geht's gut. Alles gut. Schön. Manchmal bei der Musik glaubst du, das ist alles aus, ne? Da glaubst du, da kommt irgend so ein Monsterviech daher oder was weiß ich. Aber sonst ist die Musik schon schön. So. Was haben wir da? Quatsch. Nehmen wir gleich mit. Für Glas. Glas. Bitte. Alter, ne? So. Dann gucken wir mal, ne? Was haben wir denn hier so schönes? Was sind sie? Aha, Zyklop-Brückenfragment. Das werden wir sofort scannen. Droh. Eins von drei. Okay. Das lässt natürlich vermuten, dass es davon mehr gibt. Ich nehme mal die Taschenlampe, ne? Die Taschen, keine Batterie mehr. Gott sei Dank. Brauchen wir nicht. Wofür? Ja. Ja, ja, ja. Luft holen. Jawohl. Bitte dann einmal auftauchen. Ganz schnell, 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 schnell. Ja, wir haben's gleich. So. Bitteschön, Luft. Buttermond ist aber schnell, hä? Speedmond. Speedmond. Schön. So. Äh, ja. 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 So. Wo war ich? Wo war ich denn? Ist es so finster? Das ist unglaublich. Hier, glaube ich, irgendwo. Hier unten ist nichts mehr von dem Zyklop-Teil. So. Mal looken, looken, looken. Ach. Ich hoffe, es wird bald wieder hell. Ich würde es begrüßen. Was haben wir denn da? Das sind die jetzt, ne? Okay. Okay, seh' aus. So. Da ist irgendwie nix von dem, was ich brauchen kann. Ich hab' mir halt gedacht, vielleicht mit ein bisschen Glück find ich hier noch was an. Zum Scannen. Ach, das ist wieder diese Digger. Oh, das ist wieder diese Digger. Digger, Pfeil, Schieß, Pflanzen, Viech. So, irgendwie drehe ich mich jetzt im Kreis herum, ne? Wie schön. So, schnell Luft holen. Ja, ja, gleich. Wir sind gleich oben. Mach' keinen Stress. So. Haben wir schon. So. Jawohl. Schauen wir mal, ob wir unsere Freunde finden, ne? Weil ich kann mich ja schon mal in die Richtung bewegen. Ja, ja. Ich kann mich ja mal schon in diese Richtung bewegen. So, die. So, da. Und wenn wir was finden, ist ja auch nicht schlecht, ne? Hungrig sind wir auch schon wieder. Da sollte ich vielleicht auch mal was fangen. Ich versuchte immer. Da drüben ist was. Zyklop-Rumpf-Fragment. Okay. Das kennen wir auch gleich mit. Dann. Eins von drei. Super. Da drüben hätten wir auch was. Ja. Ich will nur ganz kurz. Ich hoffe, das geht sich aus. Ist hier was drinnen? Ja. Achso, die Fahrzeugstation schon wieder. Okay. Dann packen wir wieder unseren Kleider aus. Oh Gott, jetzt wird's knapp. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Oh Gott, ich glaub, es geht jetzt nicht mehr aus. Oh Gott. Oh Gott, Glück gehabt. Boah. Das war berechnet. Das war berechnet. Okay. So. Die Richtung muss ich. Holla, die Waldfee. Ich glaub, solche Aktionen sollte ich mal lassen, ha? Das sollte ich mal lassen und mich besser auf Rettungskapseln und so konzentrieren, ha? Und auf Essen. Ach, gekommen. Jawohl, ein Klubschi haben wir schon mal. Kann man die? Die konnte ich jetzt auch fangen, ne? Spatenfisch. Ich hoffe, der war zum Essen. Äh, südwestlich. Oh mein Gott. Was bist denn du? Warte, ich will dich scannen. Hallo? Ich wollte dich nur scannen. Oh Gott, ich muss mal Luft holen, glaub ich. Bevor ich sowas mach. Ein Medikit hab ich noch. Ich glaub, der wird mich auf einen Sitz wegfressen, glaub ich. Wär aber nicht gut. Dann würde ich schon wieder alles verlieren, was ich gesammelt hab. Müsste ich halt wieder herschwimmen und einsammeln. So, Luft, 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 Luft. Ja, ich hab aber nix mehr zu essen. S-Bar, Beutifisch. Ja, passt. Ich sollte zurück zur Station, glaub ich. Den hätte ich halt noch gern gescannt, ne? Weil ich ihn grad sehe. Kannst du bitte mal... Okay, ja, der ist... Der ist zu heftig. Okay, das kann ich vergessen. Alter, der frisst mich weg, wie befürchtet. Ja, okay. So, okay, das war nicht lustig. Ja, für mich war's tatsächlich nicht lustig. Kann ich den? Ja. Nom, nom, nom. So, ich hau mal ab. Das war jetzt nicht sehr schlau. So, ich muss... Verdammt, muss ich wieder so weit. Ich versuch nur mal zur Rettungskapsel hinzukommen, ne? Weil der ist nicht so weit weg. Und dann probier ich von der Aurora weg, ähm... Südwestlich, ne? Die Rettungskapsel zu finden. Gut. Ja, ja. Oh, der Part ist auch zu Ende. Na gut, ihr Lieben. Dann schwimme ich mal zurück. Werd was essen. Und im nächsten Part schauen wir, dass wir endlich mal diese Rettungskapsel da finden, ne? Die Sima. Also, ihr Lieben, bis dahin. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. 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 Vielen Dank.